Wir haben heute ein kleines Special vorbereitet, weil Halloween ist. Es geht heute ausschließlich mehr oder minder um Horror und Grusel. Im weitesten Sinne vielleicht. Fast ausschließlich. Fast ausschließlich. Wenn Sie die Fliege töten, werden Ihnen sofort 1000 Dollar überwiesen. Also ich muss sagen, ein echter Überraschung. Ich hatte von dem Film vorher nie was gehört. Wir haben den bestellt. Mir hat der richtig gut gefallen. Das kann ich nur bestätigen. Der Film ist auch damals von der deutschen Kritik mit einem Lachen aufgenommen worden. In Spanien war das ein Riesen-Erfolg. Und Sie sind von der Polizei? Von der Spurenbeseitigung. Kurz gesagt, von der Spurbe. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Ihren Sätzen übergeben. Was ich so schätze, ist diese herrliche, totale, offene politische Unkorrektheit. Also wenn Sie sich mal richtig gruseln wollen bei einem Film, dann gucken Sie diesen Film an. Der hat es wirklich geschafft, einem Angst und Schrecken abzujagen. Auch in der heutigen Zeit noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.